Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, mit welchen drei Geschenken du neun Eltern eine große Freude machst. Der erste Platz für das beste Geschenk geht an die personalisierte Schlaflied-CD. Eine professionelle Sängerin singt einem Kind das Lied Schlaf, Kindlein, Schlaf. Der Clou dabei, anstelle des Wortes Kindlein, wird der Name deines Kindes gesungen. Eine wirklich geniale und sehr persönliche Geschenkidee. Die ersten 15 Minuten wird das Lied mit ruhigem Ton mit abwechselnden Instrumentalphasen gesungen. Die letzten fünf Minuten werden dabei immer langsamer und leiser, bis das Baby einschläft. Hören wir uns eine kurze Probe mit dem Namen Lara an. Falls gewünscht, werden auf dem Cover und dem beiliegenden Poster alle persönlichen Daten des Babys gedruckt, wie Geburtszeit, Größe, Gewicht und so weiter. Die Kunden bewerten die personalisierte Schlaflied-CD mit 4,8 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Auf dem zweiten Platz ist das 3D Baby-Upform-Set Lucky Hands. Es gibt nichts Liebenswerteres als die winzigen Babyfüßchen und Händchen. Jetzt kannst du diese dank Lucky Hands als besondere Erinnerung in Gips gießen. Die Herstellung des Gips ist ganz einfach und ungefährlich und wird auf YouTube ausführlich erklärt. Erst wird die Grundform erstellt, indem das Baby die Hand oder den Fuß in die angemixte Formmasse eintaucht. Diese ist weich und formbar, sodass es nicht unangenehm ist. Nach dem Erhärten der Masse gießt du den Gips in die Form. Fertig ist die Erinnerung auf Lebzeiten. Bis zu sechs Hand- oder vier Fußabdrücke lassen sich mit einem Set erstellen. Die Kunden bewerten das 3D Baby-Upform-Set mit 4,3 Sternen. Und auf dem dritten Platz ist die kuschelige Baby-Decke mit Signatur. Wie beim Schlaflied sendest du dem Hersteller die Informationen über das Baby wie Namen, Geburtsdatum. Dann suchst du dir nur noch die schönste Farbe aus und das Tier, das auf der Decke sein soll. Und ein paar Tage später wird eine super kuschelige, individuelle Decke geliefert. Die Decke ist besonders flauschig und weich und wird somit schnell zur Lieblingsdecke werden. Die Ausmaße betragen 76x102 cm und halten somit jedes Baby gemütlich warm. Die Kunden bewerten die kuschelige Baby-Decke mit 4,8 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, das perfekte Geschenk zur Geburt zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß beim Beschenken der glücklichen Eltern.